Für die DC-Verfilmung Black Adam gibt es nun einen neuen Cast-Zugang. Genauer gesagt, berichtet der Hollywood Reporter, dass Pierce Brosnan dazukommt. Er wird nämlich die Rolle des Comic-Helden Dr. Fate übernehmen. Hinter der Maske von Dr. Fate versteckt sich Kent Nelson. Er ist der Sohn eines Archäologen, der in seiner Jugend Magie studierte und später den magischen Helm des Schicksals erhielt. In dem kommenden DC-Blockbuster werden wir also Dr. Fate als einen von Dwayne Johnsons Gegnern zu sehen bekommen. Dwayne Johnson wird nämlich die Hauptfigur Black Adam spielen. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir zu sehen bekommen, wie groß die Rolle von Pierce Brosnan ausfallen wird, denn einen Starttermin gibt es bisher noch nicht. Die Dreharbeiten wurden erstmal verschoben aufgrund der Corona-Krise und werden wohl erst im April 2021 beginnen, wenn alles nach Plan laufen sollte. Wahrscheinlich werden wir bald eine neue Spiele-Verfilmung von Sony zu sehen bekommen. Zumindest berichtet das Deadline. Ghost of Tsushima war nämlich eines der erfolgreichsten Spiele des vergangenen Jahres und verkaufte sich weltweit millionenfach. Und deshalb möchte Sony das Spiel auch für die Kinoleinwand adaptieren. Dafür soll sich das Unternehmen sogar schon die Dienste von Chad Stahelski gesichert haben. Er ist unter anderem als Regisseur von John Wick bekannt. Für alle, die das Spiel nicht kennen, einmal eine kurze Zusammenfassung. Das Spiel spielt vor dem Hintergrund der ersten versuchten Invasion Japans durch das mongolische Reich von Kublai Khan. Es erzählt aber auch eine rein fiktive Geschichte rund um den Samurai Jin Sakai. Dieser überlebt als das letzte Mitglied seines Clans den Angriff der Mongolen auf die japanische Insel Tsushima. Mit nur wenigen Verbündeten an seiner Seite nimmt Sakai den Kampf gegen die Invasoren auf. Er muss aber allerdings schon bald lernen, dass die traditionellen Werte der Samurai gegen die Mongolen eher eine Schwäche als eine Stärke sind. Bisher ist aber noch nicht bekannt, wann die Dreharbeiten da zu beginnen werden. Man kann aber davon ausgehen, dass dieses Projekt wohl eine große Priorität bei Sony haben wird. Aber erstmal inszeniert Stahelski John Wick 4 im Sommer 2021, also ein bisschen könnte es da noch dauern. Es gibt endlich einen Regisseur für den neuen Transformers-Film, Angel Manuel Soto. Er soll nun für Paramount, dem neuen Transformers-Franchise, neues Leben einhauchen. Der Regisseur hat auf jeden Fall damit gut zu tun, denn zuletzt wurde er erst von Warner Bros. für die Comic-Verfilmung Blue Beetle verpflichtet. Bei dem Projekt zu Transformers soll es sich auf jeden Fall um einen Filmhandeln, der losgelöst von der bisherigen Reihe sein wird. Konkrete Details zum Inhalt gibt es allerdings leider noch nicht. Das The Witcher Spin-off, Blood Origin, hat endlich ihren männlichen Hauptdarsteller gefunden. Die Rede ist von Schauspieler Lawrence O'Ferain. Der Darsteller ist unter anderem durch Serien wie Game of Thrones oder Vikings bekannt. Und Deadline berichtet nun, dass er in der Serie an der Seite von Jodie Turner-Smith zu sehen sein wird. Er wird dort die Figur mit dem Namen Fjall spielen. Dieser wurde als Mitglied eines Krieger-Clans geboren, dessen Mitglieder geschworen haben, einen König zu beschützen. Nachdem eine geliebte Person auf dem Schlachtfeld stirbt, weil sie ihm das Leben rettet, begibt er sich auf einen Feldzug der Rache und Wiedergutmachung. Wann Blood Origin auf Netflix starten wird, ist noch nicht bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017